und herzlich willkommen zum neuen dlc zurück liegt das war zum beispiel und da haben wir die ersten angriff abgewirkt ich liebe dieses quietschen jetzt schon der geht da neben nice nein haben wir ein glück haben wir ein glück nein nein oh nice kollega nice kollega alter ich krieg den ball nicht jo der geht mist und na ne der geht nicht nein so der geht vorbei nein 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 eigentor eigentor sorry 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 ach so einfach geht das miss könnte ich mir ärgern aber wie gesagt egal nix ja er macht den ausgleich nein doch nicht ach das spiel läuft nicht so gut ich muss sagen das ist auch mal eine herausforderung also da können die profis in dem fall mal ihre skids bezeigen mit rumfliegen und so weiter und sofort so kann man auch einfach mal den gegner auslocken oh nein kollege ja ich pack einfach hier oben mal drauf der geht daneben und der geht aber rein ja nice schöne vorlage das war mal ein guter treffer nice 2 2 der ausgleich So muss er sein, Alter. Schön in die Mitte. Okay. Anschluss-Treffer. Ja, da war er definitiv besser. Da machen wir den... Nein, deren Ernst? Teamkollege. Ah, schade, zu drüber. Nee, der geht nicht. Nein. Nein. Ach, fuck, Mann. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Nein, das ist cool. Mit dem Quietschen und so. Das haben die gut hingekriegt. Keiner trifft. Ist auch mal nett. Ach. Ach. Mann, ey. Ja, ich habe lange kein Rock'n'Lick mehr gespielt. Ich muss da wieder reinkommen mit den Hüpfen. Nächste Folge werde ich auch mal... Der ging leider nach hinten los. Nein. Nein. Das war's. Geht da noch eins? Nein. Mann. Mann. Egal. Team Orange hat fair gewonnen. Wir haben hier auch einen Witcher. Sehr nice. Den legen wir jetzt aber nicht an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen mit dem neuen... DLC Basketball. Ich freue mich auf weitere Folgen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, sagt ein Däumchen nach oben. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.